Hey, da oben brennt ja ein Feuer. Dann gucke ich mal, ob da noch ein paar mehr von Cortez-Wahn sind. Oh. Ich höre Lurker. Wasseratmung. Paket mit Sumptkraut. So viel Wahn sollten reichen, um Cortez-Wahn abzuhalten, mich auf der Stelle zu ermorden. Aber wenn ich noch ein bisschen mehr finde, bekomme ich wahrscheinlich eine größere Belohnung. Ja, hätte ich auch gesagt. Hey, da ist noch. GERKE 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 Oh, hier geht irgendwo die Sonne auf. Da oben steht eine Frau aber. Mal sehen, wer da oben noch chillt. Hey! Ich habe nichts mit ihm zu tun. Ganz im Gegenteil. Sie hat mich vor nicht allzu langer Zeit auf der Insel gebracht. Und du, woher kommst du? Ich bin von Laundram hergekommen. Was, Laundram? Du lügst. Wir haben unser ganzes Leben in der Stadt verbracht. Und ich habe dich nie gesehen. Kein Wunder, meine Familie lebt da außerhalb der Stadt. Wenn du der bist, für den du dich ausgibst, sag mir den Namen des Gasthauses am Eingang der Stadt. Stolze Inselbewohner. Vielleicht kann ich dir vertrauen, aber ich habe ein Auge auf dich geworfen. Vertraue mir nicht zu sehr, weil sonst ist dein Geldbeutel bald leer. Deine Freundin sieht nicht besonders gut aus. Die liegt ja auch halb im Stein. Sonst ist das Wasser ausgegangen. Millie hat mir meinen Anzeig gegeben. Hast du was zu trinken? Ja, es würde dir auch nicht schaden, was zu trinken. Hier, nimm das. Erstmal Wasser gegeben. Statt Bier. Schlechter Gastgeber. Vielen Dank, ich hätte nie gedacht, dass Trinken so lecker sein kann. Oh. Ah ne, ok, ok. Die ist halb gegen den Stein gelehnt. Oh, sie lebt. Ich dachte, sie wäre jetzt am Ende tot. Was ist los mit dir? Wer bist du? Ganz ruhig, ich bin hier, um zu helfen. Fühlst du dich besser? Ja, ich fühle mich noch schwach, aber ich glaube, ich kann laufen. Das sollte nicht für dich. Jetzt müssen wir uns nur überlegen, wie wir euch hier rauskriegen. Ich danke dir. Sprich mit Herdis. Ich brauche nur ein bisschen Zeit, um mich zu erholen. Ich bin froh. Weil sie nicht wach ist. Ich hatte schon Angst, sie würde nicht mehr aufwachen. Geben wir ihr noch ein bisschen Zeit. In der Zwischenzeit habe ich ein paar Fragen an dich. Also gut, was würdest du gerne wissen? Kannst du mir sagen, ob ihr eine Ladung transportiert habt? Ja, und sie haben das Boot mit Waffen beladen, bevor das Schiff gesunken ist, aber nachdem Millie und ich hier festgesetzt wurden, was habt ihr getan? Was war der Grund für diese Aktion? Diese Leute hatten nicht vor, damit Abendessen zu machen. Die beschlossen, ihre Pläne zu durchkreuzen. Sie liegen wahrscheinlich irgendwo auf dem Grund der Insel. Wenn du tauchst, kannst du sie vielleicht finden. Ich schätze, ich habe keine andere Wahl. Moment mal, was ist mit uns? Ich werde euch hier rausholen. Ich muss erst die Waffen holen. Sonst verlässt du diese Insel hier lieber nicht. Was auch immer du denkst, aber je eher wir hier rauskommen, desto besser. Wie bist du die Piraten losgeworden? Dieser Wasser war wirklich brutal. Und dann hat er uns auch noch zum Rudern gebracht. Kannst du dir das vorstellen? Das übersteigt meine Fähigkeiten. Wir ruderten und ertrank Alkohol und hetzte uns ständig. Ich ahnte, dass er nichts Gutes im Schilde führen würde. Also wurde ich bei der ersten Gelegenheit los. Schließlich lief der Trunkenbold ein und nahm ein... Ich nahm sein Messer und schließte ihn direkt in seinen leeren Kopf. Millie war entsetzt, aber was hatten wir zu tun? Er würde uns zu seinen Dienern oder Kortisanen machen. Na gut, er hat sie wahrscheinlich vergewaltigt. Und dann hat er sie aufgeschlitzt. Oder verkauft, je nachdem. Bei so Piraten kann man es ja nie wissen. Ah, da sind die Waffenpakete. Ah, da sind die Waffenpakete. Ich habe ein Trittpaket gefunden. Es hat keinen Sinn weiter zu suchen. Kortisanen sollte froh sein, dass ich überhaupt... Er das an den Waffen bergen konnte. Und dass er das halt überhaupt alles tut. Ich habe die Waffen gefunden. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Und was jetzt? Jetzt müssen wir ans Ufer kommen. Kannst du schwimmen? Ja. Ich glaube nicht, dass Millie so weit schwimmen kann. Was mit dem Boot? Ist es funktionstüchtig? Das Boot selbst ist in einem Stück, aber wir haben die Ruder verloren. Außerdem müssen wir die Leiche sehr schnell gasslos werden. Was stimmt mit der Leiche nicht? Du hast sie selbst umgebracht. Ich werde nicht mit der Leiche schwimmen. Ich werde ihn los. Mal sehen, was ich tun kann. Oh. Ich bewege das Boot. Ich bewege das Boot. Alles gut. Wie geht es mit dem Boot. Ich bewege das Boot. Ich bewege das Boot. Ich bewege das Boot. Ich bewege das Boot. Ihr Kummer. Ich bewege das Boot. Das Boot. Dann facade uns zur allegedly b- Und wo ist die Leiche von dem Dude? Oder habe ich noch irgendwas vergessen? Ja, das ist ein bisschen. nicht in das Boot steigen während dieses Schiff dort verrottet eine der Palmen zu fällen und ich darf nicht vergessen die Leiche des Piraten los zu werden oh ok schneide eine gute idee jetzt habe ich genug holz um paddel zu schnitzen ich kann mich vor das feuersetzen mit der arbeit beginnen ok ok finde ich halt immer gut das hat welche sachen einfach nur im questlock stehen statt irgendwo anders oder dass es erwähnt wird ok klar hier dem gewerkt haben keine paddel aber steht nicht drin dass ich eine palme fällen soll um paddel zu machen mit schlag klar auch wirklich liegen ist jetzt besser es gibt keinen grund das zu verzögern also gut steig ins boot ihr durch für sie sind wir auf der anderen seite habt ihr einen plan wohin ihr gehen wollt wir wissen es nicht es ist eine fremde insel für uns aber milli und ich sind uns sicher dass wir es schaffen können nicht so ungut aber wenn ich euch alleine gehen lasse seid ihr innerhalb einer stunde tot es liegt ein riesiger sumpf voller monster vor euch was sollen wir also tun die sumpf zum beinberg zu durchqueren die zuflucht ist nicht weit von hier da wird uns nicht gut um euch kümmern nee zum beinberg der pirat sagt dass es nicht weit von hier eine zuflucht gibt es ist nicht besser zuerst dorthin zu gehen glaubt mir wenn ich dort euch dorthin bringe wartet nichts gutes auf euch bestenfalls endet ihr als courtesan und die schurken dort zu unterhalten gut dass du uns das sagst das ist genau die art von albtraum die wir vermeiden wollten los geht's von mir aus solltest du sicher sein wenn er strafe folgt geht ihr gleich zum weinberg die menschen dort werden euch helfen euer schicksal wird sicher besser sein als wenn ihr in der zuflucht bleibt ich danke dir für alles wenn wir uns wiedersehen werden werden wir dich belohnen ok dann gehe ich jetzt wieder runter dann gehe ich jetzt zur zuflucht weil mehr kann ich ja nicht kurz es geben und dann gehe ich jetzt wieder dann gehe ich ein paar mal wieder So, Ah, Cone lebt noch, das ist gut. Ist nicht zufällig ein Monster aufgetaucht, hat ihn getötet. Wäre auch nicht so gut für Marvin, glaube ich mal, sonst hat er einen Trauma. Sein Bruder verschwunden ist und dann auch noch so ein Kumpel von ihm stirbt. Run him in einem Sumpf, den er nicht kennt. Okay, die Regenwahrscheinlichkeit ist nicht hoch, kann ich nachher noch rausgehen. Das war wahrscheinlich nach der Folge. Dann lasst ich die anderen mal ein bisschen rendern und dann passt es soweit mal. Gab der nicht eigentlich irgendwo einen Schmied? Sehr fatter Fisch, ich habe das gefunden. Das ist gut, denn Cortez ist wütend. So wütend, dass ein Fallschwarz genügt, der hackt uns beide in Stücke. Im Sumpf hat jemand versucht, eine große Truhe mit Gold zu schleppen. Ich habe noch einiges zu tun, aber wenn sich jemand darum kümmert, befürchte ich, dass sie uns früher durch später gestohlen wird. Bist du sicher, dass es von dem Transport kam? Weil sonst wird dem Sumpf ist auf magischer Weise eine Truhe voller Gold aufgetaucht. Gut, gehen wir. Eine gute alte Simon. Ich habe die Rüstungsdesigns hier recht cool. Nun, wo ist die Truhe? Was machst du da? Willst du die Monster zu uns locken? Tut mir leid. Das sind nur mit den Nerven. Die Kiste ist nicht weit entfernt. Nur lass uns weitergehen. Gut, dann hast du mich hergebracht. Jemand hat schon angefangen, die Kiste zu durchsuchen. Warum weißt du das? Wie war es mit den Minzen verstreut? Ich räume jetzt auf, aber Cortez darf um nichts in der Welt davon erfahren. Na gut, ich bringe das irgendwie zur Zuflucht. Du suchst jetzt hier etwas anderes. Warte mal. Dann rauf ich rüber und dann ist es auf einmal da. Dann ist er einfach auf eine Schulter gepackt und getragen, obwohl sein Arm nicht mehr so lange reicht. Aber der Plan funktioniert. Der Kone ist entkommen und nach dem, was ich gesehen habe, hat er mehr Gold mitgenommen, als ich erwartet hatte. Und Simon wird nicht sagen, dass jemand in der Truhe gegraben hat. Ja, dann ist Simon tot, wenn er das sagt. Jetzt habe ich noch mal ein Stahlpaket gefunden. Das ist gar nicht so schlecht. Bis zum nächsten Mal. Ich quatsch dann auch jemand anders an, von denen. Dan, seine Org-Axt. Ich glaub mir mal deinen Geldbeutel. Wie sieht's aus? Kleiner, lass mich in Ruhe. Manche Leute sind beschäftigt, besorgt ja einen Job. Beckett, was hast du vor? Wir haben schon einmal drüber gesprochen. Weißt du, wie viel ich im Moment im Kopf hab? Pet. Ich glaub mir den Geldbeutel. Ein kleiner Köcher mit Bolzen. Wie viel Bolzen hab ich denn? Sieben, oder? Ne, 39. Kleines Set gefüllt mit zehn Bolzen. Das kostet ja auch viel mehr. Oh, Moritz. Wie läuft's? Wie ist das Leben? Wie ist das Leben? Ich bin nicht reich. Diese ganze Phase ist umsonst. Ich werde einen anderen Weg finden, um Geld zu verdienen. Das ist irgendeine alte Schatzkarte. Oh, Rodrigo. Hi. Klamm mir mal deinen Geldbeutel. Wem gehört dieses Haus? Uns, der Cortez-Crew. Er ist der Boss hier, also pass lieber auf. Wer bist du? Ich bin Rodrigo. Ich passe auf, dass niemand Cortez in den Rücken fällt und erledige verschiedene andere Aufgaben für ihn. Wenn du wissen willst, was ich früher gemacht habe, kann ich dir nur sagen, dass Simon und ich viele Jahre lang selten in derselben Einheit waren. Wir haben sogar in der Schlacht von Varant gekämpft. Das waren noch Zeiten. Und dann heuerten wir auf Cortez-Crew an. Du siehst schlau aus. Frag den Boss, vielleicht kann er einen Job für dich finden. Hast du Lust auf ein kleines Duell? Was siehst, der Chef wäre nicht begeistert, aber verdammt nochmal. Nur damit du es weißt. Ich habe Lust. Was hast du dir in deinen Kopf gesetzt? Ich möchte mir was Respekt verschaffen. Ganz schön clever, in der Tat. Hier ist wahrscheinlich der einfachste Weg. Gut, du kannst es mit mir versuchen. Ich werde dich nicht verschonen. Lass uns einen Preis festlegen. Wie wäre es mit deinem Goldring? Es wäre aufregender. Sag mir Bescheid, wenn es so weit ist. Bin bereit, wir können kämpfen. Hast du den Ring dabei? Ja. Niemal, lass uns kämpfen. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Das werden wir ja sehen. Nicht schlecht, ich bin ein bisschen schockiert. Verdammt, hier ist, du hast meinen Ring gewonnen. Oh Gott, einen Ring. Ein paar Fressen schlagen. Dann speichern wir mal. Reden mit Cortez. Mal gucken, was der so sagt. Wegen des Transports. Verdammt nochmal, nichts kann mir gelingen. Immer irgendwelche Komplikationen. Ich hoffe, du warst nicht so dumm, ohne meine Waren zurückzukommen. Das ist alles, was ich an Ausrüstung finden konnte. Hm, ich verstehe. Hast du mir sonst noch was zu sagen? In der Mitte des Sumpfes stand eine Trubel voller Gold. Jemand hatte es sich schon daran zu schaffen gemacht, aber das meiste davon war noch da. Ich weiß nicht, wer sie dorthin gebracht hat, aber... Oder wie, aber ich habe sie mit Simon gesichert. Wenigstens konnte ich eine... Konnte ich ihn eine Zeit lang gebrauchen. Ich konnte niemand aus Beckerts Mannschaft finden. Sie müssen alle mit dem Schiff untergegangen sein. Gibt es Überlebende? Ich habe... Ähm... Ich habe sie nicht getroffen. Und selbst wenn sie das Ufer erreicht haben, müssen sie von den Bestien erledigt worden sein. Und Beckert wird mich dafür bezahlen. Ich brauche ja neue Leute, wie nie zuvor. Ich konnte einen Teil der Waren sicherstellen. Ich bezweifle, dass es in der Nähe noch etwas anderes gibt. Es ist gut, dass es wenigstens so viel war. Wenigstens stehe ich nicht mit leeren Händen da. Kann ich mit deiner Belohnung rechnen? Ja, als Belohnung wird mein Schwert deine Eingeweide nicht auf den Boden zerreißen. Großzügig. Ich danke dir. Überstrapaziere nicht meine Geduld. Jetzt ist es an der Zeit, Beckert zur Strecke zu bringen. Weißt du, warum das Schiff gesunken ist? Hm... Orks griffen das Schiff an. Die Orks griffen das Schiff an. Nach dem, was Beckert sagte, hatten sie keine Chance zu entkommen. Wäre ein besserer Kapitän als ein Lügner gewesen, hätte er es schaffen können. Die Galerien der Orks sind nicht die schnellsten. Ich gehe kein Risiko ein. Der Schmuggel muss unterbunden werden, bis sich die Lage beruhigt hat. Töte ihn. Wir werden ihn nicht mehr brauchen. Und jemand muss für den Verlust des Schiffs gerade stehen. Ich habe keinen besseren Kandidaten als ihn. Ich habe noch eine Rechnung mit ihm offen. Da hast du es. Umso besser, dass du dich persönlich um ihn kümmerst. Ja gut, das braucht man mir nicht zweimal sagen. Hautveränderung. Verteidigung 25, das ist gut. Sonst werde ich öfters benutzen. Bei starken Gegnern. Hey Beckert, ich bin zurück. Hast du das gefunden? Was auch immer, wenn du noch am Leben bist, musst du mit Cortez gesprochen haben. Ja, wir hatten ein sehr angenehmes Gespräch. Vor allem, weil es um dich ging. Du hast ihm nichts von den Orks erzählt, oder? Doch, das habe ich. Ich erinnere dich daran, dass wir eine unerledigte Sache haben. Was hast du getan? Was denn? Ich habe meinen Teil der Abmachung eingehalten. Wegen dir wurde Jorn entführt. Ich habe nichts damit zu tun. Wenn du uns nie vereinbart an Land gebracht hast, wäre das alles nicht passiert. Du bist tot, Beckert. Erstens, weil Cortez uns befohlen hat und zweitens, weil ich es so will. Marvin, Kumpel, ich bin mir sicher, dass wir einen vernünftigen Ausweg aus der Situation finden können. Ich bin nicht dumm. Ein Befehl ist ein Befehl. Bringen wir es hinter uns. Ein Kampf. Das gibt es doch gar nicht. Was hast du getan? Du hast den Hauptmann getötet. Cortez hat sein Urteil gefällt. Ich rate dir nicht zu hinterfragen, was hier passiert ist. Du hast ein Befehl bekommen und ihn befolgt. Für mich ist das einfach. Vielleicht profitiere ich noch davon. Jetzt, wo Beckert tot ist, muss ich mir nur einen neuen Käpt'n suchen. Was dich betrifft, möchte ich dir das hier zurückgeben. Wie bitte? Hier, das Amulett. Du hast vorhin gesagt, es sei dir wichtig. Du weißt gar nicht, wie sehr. Umso mehr hast du es verdient. Dank dir kann ich mich endlich davon lösen, ein Handlanger zu sein. Du solltest dich zuerst bei Cortez melden und ich rate dir, ihm alles genau zu erzählen. Das werde ich. Mach's gut. Mutters Amulett. Kompass. Funktioniert noch. Amulett aus der Silberkiste. Ich werde jetzt an der Silberkiste Schatoulle auf dem Weg zu den Köhlern. Das Alten Abenteurer. Mutters Amulett. Lebensenergie Bonus. Talent Bonus für alle Waffen 5. Okay, cool. Das Amulett ist strong. Dann werde ich jetzt nochmal mit Cortez reden. Beckett ist tot. Ich bin neugierig, ob er versucht hat, sich frei zu kaufen. Was er für sein Leben geboten? Gold, Juwelen? Ist das wichtig? Du bekommst, was du wolltest. Du hast dich gut geschlagen und vor allem bist du loyal geblieben. Damit bist du einen Schritt näher daran, Big Ben kennenzulernen. Jetzt, wo alles hinter uns liegt, können wir über dein wohlverdientes Treffen mit Ben nachdenken. Aufgrund der aufregenden, äh, Herzen aufregenden, äh, Herzen aufregenden, äh, und der aktuellen Stimmung unter den Jungs in der Zuflucht, habe ich beschlossen, zu Beginn etwas zu tun. Die Jungs können etwas Unterhaltung gebrauchen und die Duelle zwischen den besten Kriegern der Gegend sind sogar zu unserer Tradition geworden. Wir können daran denken, sie zu pflegen. Als Dankeschön möchte ich dich als Ehrengast zum Turnier einladen. Ben wird wahrscheinlich, wie immer, gewinnen, also wird er gut gelaunt sein und das könnte bedeuten, dass er nicht versucht, dich in Stücke zu reißen, sobald du auftauchst. Wer weiß, vielleicht bekommst du sogar das, was du brauchst von ihm. Sprich mit Proximo. Er wohnt in der Hütte. Hinter mir. Kannst du mich trainieren? Ja, warum nicht? Du hast gezeigt, dass du in der Lage bist, etwas zum Wohle der Gemeinschaft zu tun. Und dabei sollte man dich unterstützen. Du musst nur verstehen, wie wertvoll meine Zeit ist. Ich kann es nicht umsonst tun. Was könntest du mir beibringen? Wie der anständige Pirat kann ich mit einer geschichtenleichten Waffe und wahrscheinlich mehr als jeder andere. Okay, der kann mich in ein Hand trainieren und Geschick. 150 Gold. Das ist aber ein richtiger Sucher. Von ihm. 38. Vielleicht muss man meine Stärke erhöhen. Du musstest also nur an dem Turnier teilnehmen. Du musstest also nur an dem Turnier teilnehmen.